Hallo zusammen, 2019 feiert Leckler Jubiläum, 50 Jahre Hummel. Zu diesem Anlass werden alle Maschinen, die dieses Jahr das Werk verlassen, mit dem ultrahellen LED-Licht ausgestattet. Leckler ist allerdings für seine Nachhaltigkeit bekannt und alle Maschinenabbauer 88, also diejenigen mit dem viereckigen Schaltkasten auf dem Motor, sind umrüstbar. Mit diesem Umrüstsatz. Gerne geben wir Ihnen Informationen und Hilfestellungen zur Umrüstung.